Und natürlich einen großen Applaus für alle sechs Ex-Holte. Dank alles Bands. Er möchte gerne was sagen. Ich möchte sagen, dass jeder Künstler heute Abend echt extrem gut abgelegt hat. Und Respekt auf jeden Fall an jeden. Und es war mega nice. Und als letztes Wischung zufügen, wer nicht nur BTM gevotet hat, darf ab jetzt nur noch Rad vertrieben. Bam!